Also ihr seht schon, die Mädels glauben, ich halte das nicht aus und die halten mich schon fest, ja. Aber das wird alles ganz locker vonstatten gehen. Ein bisschen Angst habe ich schon, aber ich bin jetzt sehr gespannt, wie das in den Haaren abgeht. Und vielleicht beiße ich doch mal auf die Zähne. Okay. Wird das Wachs aufgetragen? Das ist heiß, ne? Das ist warm, ja. Aber das tut noch nicht weh. Warm ist gut, das hat gekocht. Nein, das ist das harmloseste von allem. Ah, doch, das ist das harmloseste. Ja, ich meine, mir ist wichtig, dass ihr wisst, dass ich keine Angst habe. Ich möchte einfach alles genau detailliert wissen, was gleich passiert. Ganz ruhig, wir reißen das jetzt gleich hier ab und dann ist das Schließt auch schon vorüber. Also ich würde sagen, dass wir noch ein bisschen später werden. Scheibenkleister! So, das hier ist jetzt eine Stelle, die kaler ist als bei manchen Männern auf dem Kopf. Eieieieiei, wie ein Babypropo. Ich habe zwar so getan, als ob es weh tut, es hat weh getan. Also, wir sind in Phase 1 der Enthaarung. Ein Stück vom Schienbein wurde schon entfernt, also ich meine, die Behaarung. So sieht das George Bein vorher aus und so sieht es nach dem schmerzhaften Entfernen meiner unschuldigen Körperbehaarung aus. Leider war das noch nicht alles und es geht weiter.